Jetzt gehen wir mit durch, ne? Oder können wir noch mal mit ihr reden? Shenfa! Was, Ryo? Das war's? Shenfa, als Kind war, hat jemand mit jemandem gespielt. Nee, geht weiter. Wer mit jemandem? Hm. Ah. Er war ein Freund, oder? Ja. Aber... Er war ein Freund. Mhm. Shenfa, das ist... Ja. Das sind die Tiere. Ja. Er war ein Freund. Er war ein Freund, oder? Ah. Ichin und Meimei. Ichin und Meimei. Ichin und Meimei. Ichin. 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 Was ist das? Ja. Ichin. Hey, Ryo. Was ist das? Na? Ichin. Ryo als Kind? Welche Freunde waren die Freunde? Also, sie hatten Bücherwürmer, Raufbau, Spielen. Nee, wir machen mal. Einer auf ganz schlau, ne? Bücherwürmer. Oh, okay. Okay. Na, ich hab nie gemacht. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ja, das stimmt. Es war sehr schwer. Ich wollte nicht gehen. Ja, ha 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 ha, so, traut der von Sinu oder von den bösen Wichtern? Ryo, Asayo! Ah! Es ist schon wieder soweit! So, unsere Aufgaben. Yanchi Ye Er ist Yuns Lehrling Yuan sah ihn in Potenzial in ihm Potenzial gut zum Regenbecken Regenbogenbecken gehen und Yantreffen, okay Können wir mit ihr noch mal reden Haben wir das letzte Mal nicht gemacht, ne? Wir reden noch mal mit ihr Okay Okay Arigato, vielen Dank Ja, ja, alles klar Komm, die Snacks, die hier mal umsonst kommen dann nehmen wir die mal mit, ne? Wie immer Ja, ja Aber sie schnippelt und schnippelt immer, ne? Das Essen und wir kriegen hier nur Banane Banane und Äpfel So So Oh, ja Was sagt unsere Kampfkunst Angriffsstärke 3 Level 4 und 7 Okay Gibt ihr eine Schnellreise? Ne, noch nicht So Ah, sie wählt uns bestimmt wieder zu Hm Ja Ah So Dorfplatz Kung-Fu Jobs Nix Die machen mal Kung-Fu wieder, ne? So Erst trainieren und dann kämpfen Genau Das werden wir machen Maho Maho Ja Die machen die Pferde stand mal wieder Die machen die Pferde stand mal wieder Yeah Höy ho Hop Ho 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Wollen wir weiter machen? Nein. Wollen wir weiter machen? Genau. Erstmal was futtern wieder. Bevor wir da reingehen. 900 LP. Das heben wir auch. Wir haben 1404. Das wird, glaube ich, noch erhöht dadurch. Die grünen Punkte. Erstmal die kleinen Sachen weg. Ja. 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 Ja, war doch schön, ne? So, wollen wir erstmal Sparring machen, oder was? Diesmal nicht campen. Hallo? Entschuldigung. Hm. Hm. Das ist ein Sparring, oder? Na klar. Sanda, oder? Oder, ob wir in den Sparring gewinnen müssen? Welchen? Ja. Na, ich würde sagen, mal in den Sparring, ne? Bevor wir uns wieder am Meister... War... Wohl Presidential. Was ist ein Fan haben? Bein,htra, sobald sie ihn zu. kiss dich euch zu telefonen. O�, oder wenn ihr dappen? Y administration? . Sahne. 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 schrein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, das ... Ah, das ist um die Verw caution. Das ist eine Appartikel. Ah, ein Guter, dasaa ... hat das ist ... ein Guter, das ... Ich verstehe mir nicht. Äh, doch, wir müssen mal ein bisschen üben. Ruhiger werden. Äh, haben wir nicht gerade? Ja, wer drückt? So. 300 Erfroh. Wir testen nochmal, wir müssen das ja mal rausziehen, wie der ist denn die Kampfsport hier? Sparring? Wir müssen, glaube ich, bei einem Kampfsstil aussuchen. Und dann, wenn er aufhört, die Tasten drücken. Okay. Okay. Ich glaube, ich stehe. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Gehen wir weiter? Wir müssen noch nicht sparen. Achtwärm nicht. Jo, 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 alles gut. So. Ah, ne, hier wollte ich. So. Laufen. Schade, denn eine schnelle Reise, wie gesagt, habe, glaube ich, schon mal so oft gesagt, dass nicht gezeigt wird. Dass man nicht aussuchen kann, wenn man eine schnelle Reise würde, muss man dann sagen, hier, jetzt darfst du. So. Mal mit dir reden. Riu-san. Gibt was Neues? Bestimmt nicht, ne? Äh. Äh. Hm, hm, hm. So. Jo, 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 jo. Mal gucken, bei den Kräuterhänden, wie wird verkaufen können, jetzt. Können wir mal Holz hacken, wenn wir wollen, Tim. Aber wollen wir nicht. Wirklich? Wo, von den Kräuterhänden? Das ist ja! Wo, von der Kräuterhänden? Wo ist die Kräuterhänden? Wirklich, darauf. Ja, wir will. Entschuldige. Ich bin zu dem, die Kräuterhänden. Da ist ja! Wirklich, wie heißt das? Domo, ja, okay, er will nix verkaufen. Bist jetzt sauer, dass ich nix bei dir verkauft habe oder wat? Okay, hinter dem Dorfplatz, joo, wir stürmen mal, na, 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 na. Wächst hier noch wat Neues? Ne. Ah, dann lassen wir schon festgestellt, ne? Die wachsen nicht nach, die Dinger. So. Hi. Ach, wir brauchen noch die Diamanten, ne, für den Jungen. Oh, das ja auch noch. So. Schön, jetzt können wir hochlocken. Wir brauchen die Diamanten. Wir brauchen noch ein bisschen. Mhm. Ja. Und kostet 10, ne, jedes Mal. Ho, 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 alter Junge, Junge, Junge. Dann ist das schwarze Diamant, oder trau, was das sein soll. Ah, ah, der ist falsch. Das ist lustig, na. Das ist lustig, na. Nochmal. Jetzt gib uns irgendwie... Das ist lustig, na. Und? Na, hä? Das ist lustig, na. Das ist lustig, na. Also, ich habe mir nicht schon mal die Kohle. Das ist lustig, na. Okay, einmal noch. Das ist cool, wir machen es nochmal. Ich glaube, da will uns keinen Diamant geben. Der ist bestimmt sehr selten, ne? Oh, das ist... Jo, und tschüss. Genug gezockt, so. Regenbogen drücken. Hinterm Dorf. Ja, ich will da zurück, aber du lässt mich nicht. Vorhin kam ja hier nicht lang, ne? Nicht weiter. So. Ja, uh, uh, uh. Hier ist ein Springbrunnen. Äh, springen wir mal. Brunnen kann man hier was machen. In dieser Richtung gibt es nichts. Okay. Ja, ich will da zurück, aber du lässt mich nicht. Du lässt mich nicht. So. Also, da will er nicht hin, ne? 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 Alter, kommen wir auch mal raus aus dem Dorf hier. Okay. Da, wo gehst du? Ne, da war ein... Da war noch die... Genau, hier war das. Hier haben wir schon, hier haben wir schon, hier haben wir schon. Können wir mal kurz, so jetzt haben wir gucken. Aber Kräuter, wie gesagt, die wachsen ja nicht nach, ne? Dö, 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 dö. Ne, sonst war die Pfingstrose hier. Gott. Kann wir hier weiter? Ne, hier kann man nicht weiter, ne? Regenbogenbrück. Wo soll die denn jetzt sein? Na, na. So, sind wir hier. Ach, da ist ja der Steinmetz. Der Steinmetz. Alles klar. Komplett falsch hier. Oh, ja, gut. Du, 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 du. Nehmen wir den Weg zu so einem Blumenfeld, der geht hier lang. Wui. So, da ist mein Link. Tinkt, du, Samir, hier. Oh. Komm, wir quatschen machen. Ein bisschen, okay? Ich bin, ich? Was ist denn? Ja. gerecht. Einmal trennen wir und hier nochmal, ne? Ja, ja. Moment, Moment, ich glaube, der tut gerade ein bisschen so. Wolle tritt gerade ganz mächtig auf den Ohren. So, ja, weiter geht's. Sparren, wir wollen bisschen üben. Bitte und danke, so. Na, hauib Council. Hm? Halt, hauib Council. Ja, Mum oder yo. Agninkjau抱 Zeitung. Und damit 6,3 gotta אז ich werde. Mach ich. Tut mir, ich weiß. Masichiti darf es. Das war's für mich. Oh, Meister? Was haben wir gemeistert? Okay. Vier. Gut. So, du hast keine Fähigkeiten, die du verbessern könntest. So nach Einleitung. Aha. Okay. Vielen Dank. Ich habe sehr viel studiert. Willst du noch bitte bitte? Bitte bitte. Ja, alles klar. So, wir haben noch hier irgendwo Anleitung. Hier. Aufgewählt werden. Ach, die kannst du nur aufwerten mit dem Fenster hast. Meister, Meister, Meister. Die haben wir alle gemeistert oder was? Technik. A-X-X. Okay. A-B-B. A-Y-Y. Okay. Dann gehen wir mal weiter. So. Fräulein. Wir haben gut trainiert. Danke. Und für den Hinweis, wir müssen hier durch, ne? Ist das hier Regenbogen? Wir kommen zum Angelladen. Oh, hier gibt es noch Gemüse. Was ist denn sonst? Bestimmt. Ne, ne? Kaufen. Was kostet das hier alles? Appels. Gewöhnlicher Pils. Gibt 30. E-P. Okay. Was kostet der? C. Ne. Da ist das richtig billig hier, ne? Paprika. Gibt 60. Was kostet die? 3. Was haben wir noch hier? Zwiebel. Und die Weißkohl. Kostet 5. Aha. Okay. Die braucht es natürlich immer Weißkohl, ne? So. Wir müssen mal wieder was verkaufen. Erstmal was essen wieder. So. Und 300. Das wäre ja so. Wie hier, ne? Ja. Einmal bitte. So. Und 300. Das wäre ja so. Angelgeschäfte. Hä? Nee. Drei Quellen. Die Regenbogenbrücke. Die Regenbogenbrücke. Und... Sonnenfeld. Gut. Guck. 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 Guck.